Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und viel Spaß mit dem Vlog. Los geht's! Hey Freunde, was geht? Euer Wizard hat ein Paket bekommen. Uh, Medienmarkt! Man hört das drinnen. Schau mal, was le... was... Sprachshit durchfällt. Wir machen das jetzt vorsichtig auf. Eine Rechnung! Wuhuu! Jedes Monat von 3,50 Euro. Wuhuu! Gutscheinkarte! Plastiksackel! Das hab ich mir schon immer gewünscht! Ein Plastiksackel! Ja, verdammt. Okay. Fail! Oh! Ich hätte so kurze Mist... So weit... Äh, fail für Mistkübel! So weit! Digga! Gute Nachricht! Plastiksackel zum Platzen! Yeah! Wuhuu! Okay, jetzt war's ziemlich weit weg vom Mistkübel. Aber jetzt zum eigentlichen Highlight... Dieses Schätzchen hier. Das ist eine Sony... Die Vlog-Kamera... ZV1... Mit ein Jahr lang Garantie... Bitte Leute! Da geht man ab, wenn ich das sehe. Meine neue Kamera. Jetzt habe ich zwei Kameras. Das heißt, ich kann mehr an den Blickwinkel filmen. Richtig geil! Packen wir das gute Stück mal aus. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Ja! Ja, jetzt war's Messer! Okay, liebe Leute. Liebe, Liebe, Liebe. So viel Liebe heute. Ich krieg's raus. Oh, ein paar Sachen fehlen noch. Die krieg ich noch nach. Und dann gibt's richtig geile Vlogs. Mit der neuen Kamera. Ja, die Woche wahrscheinlich noch nicht. Aber... Anleitungen! Ja! Ja! Okay. Hätten wir das auch geklärt? Anleitungen? Oh! Baby, baby, it's a white girl! Baby, baby! Oh! Da hat mir wer geschrieben. Oh! Oh! Schaut euch das kleine Schätzchen an! Ich weiß nicht, du musst es gut sehen. Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Muss man schon sagen, das kann man aufklappen. Und drehen, wie man will. Okay, es ist halt noch kein Akku drin, aber mega geil! Ich freu mich! Es gibt bald mega nice Vlogs hoffentlich! Aber jetzt werde ich... Ah, das ist verwirrend, wenn ich jetzt sage, dass ich operiert werde am Donnerstag. Weil ich weiß nicht, ob das am Donnerstag kommt, aber... Ab nächster Woche auf jeden Fall Vlogs mit der Kamera, Leute! Das war's fürs Erste! Ciao! Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start! Und jetzt kurz eine Erklärung, warum ich kein Video gemacht habe. Und zwar deswegen, dass der war in meinem Fußdrehen. Und jo! Ich filme übrigens auch das erste Mal mit meiner neuen Kamera. Super geil mit dem Bluetooth Griff. Mega, mega! Ja, ich freu mich! Warum es nicht so erscheint? Haha, Spaß! Äh... Jo, liebe Leute! Bis zum nächsten Schnitt! Ciao! Hey Freunde! Das ist der Endcard! Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video! Ja! Ja! Gebt bitte ein Abo und ein Like da! Es kommt näher! Gebt ein Abo und ein Like da! Tschü Leute! Bis zum nächsten Mal! Ciao!